Tauscht Carmen Geis nächstes Jahr ihr Luxusleben gegen den australischen Dschungel aus? Der Showdown der Dschungel-Legenden steht kurz bevor, und Fans sind aufgrund ihrer Vorfreude schon ganz außer sich. Punkt Georgina Fleur, Kader Loth und Elena Miras erneut im Dschungel zu sehen wird für den ein oder anderen wohl das Highlight des Jahres. Punkt Nun kündigt sich bereits eine Kandidatin für das reguläre Dschungel-Camp des kommenden Jahres an, und die ist ebenfalls eine wahre Legende. Carmen Geis, so reagiert sie auf die Dschungel-Nachfrage, in einem neuen Instagram-Video stellt Carmen Geis sich der Frage, ob sie gerne mal ins Dschungel-Camp ziehen würde? Hör mal, ich habe so viel Dschungel hier zu Hause, das seht ihr ja, erklärt die 59-Jährige entspannt in ihrem Garten sitzend. Punkt Dort könne sie zudem auch wunderbar campen. Das reicht mir eigentlich, betont sie. Punkt Carmen und ihre Luxusallüren in den Tiefen des australischen Dschungels wären mit Sicherheit ein Garant für bahnbrechende Einschaltquoten, doch ihre Fans sind ganz auf der Seite der Millionären. Punkt Das hast du auch nicht nötig, heißt es in den Kommentaren. Ein lustiges Bild wäre es trotzdem allemal. Und wer weiß, vielleicht traut Robert es sich stattdessen ja zu. Die Legenden-Staffel hat kaum gestartet, und schon wird über ein Encore des Ablegers diskutiert. Punkt Welcher Kohl-Kandidat könnte wohl in der zweiten Runde dabei sein? In den sozialen Medien geht es bereits heiß her, Namen wie Ross Anthony, Brigitte Nielsen, Menderes Park, Desireenik und Iris Klein werden immer wieder in den Raum geworfen. Ob es überhaupt zu einer Wiederholung dieser Art kommt, oder es aufgrund des 20. Dschungel-Jubiläums eine einmalige Sache bleibt, ist noch unklar. RTL hat sich bisher nicht dazu geäußert. Es bleibt also definitiv spannend.